Ist gut, ist gut. Praktisch, dass die, äh, Ding Station da gleich daneben ist. Ich bin da nicht sonderlich gut drin. Im Hacken, merkt man vielleicht. Und ich hab Auto-Hacker-Pfeile gesammelt. Wunderbar. Die hacken ja die ganzen Dinge sofort, die wir hier finden können. Die wir hacken können. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ach, ich muss eh wieder zurück. Okay, dann mach ich erst mit der Little Sister. Da müssen wir wahrscheinlich später lang hier. Dann geb ich erst mal die Little Sister an ihrer Ausgabestelle ab. Dann kann sie im Kinderparadies mit den anderen Sisters spielen. Hat man ja gesehen in Bioshock 1 gegen Ende, was da so schönes vor sich geht. Wobei schön natürlich Ansichtssache ist. Hallo, Bandagen. Ist hier irgendwas? Ich hör doch hier jemanden labern. Okay, Fernseher sind also hier unzerstörbar. Scheint eine der Errungenschaften von The Rapture zu sein. Sekunde, ich probiere jetzt gerne mal den Hackpfeil aus. Auto-Hackpfeil, Entschuldigung. Aha, funktioniert wunderbar. Da ist wieder ein Bot-Shutdown. Alter, wir werden hier mit Bot-Shutdowns überschwemmt. Ähm, habe ich Autospeichern auf F5? Nein. Aber ich speichere jetzt trotzdem mal manuell schnell. Einfach, weil ich keinen Bock habe, das hier gerade zu ver... Ja, weil ich einfach mal wieder speichern wollte, ne? Autospeichern habe ich hier scheinbar nicht. Also könnte ich wahrscheinlich schon legen, aber bin ich jetzt zu voll für. Oh, hallo Puppe. Ich hoffe, du bist auch eine Puppe. Nicht was Lebendiges. Weiß man ja hier nie so genau. Bei einem Rapture. Hier ist ein kaputtes Kind. Der Vita-Chamber, das ist kein gutes Zeichen. Wenn du eine Little Sister zu einem Lüftungsschacht bringst, kannst du auswählen, ob du sie retten oder ausbeuten willst. Beutest du sie aus, dann bekommst du das Adam-Maximum, das du für Plasmide ausgeben kannst. Doch sie wird diesen Vorgang nicht überleben. Rettest du sie, bekommst du weniger Adam, aber das Mädchen wird geheilt. Aber wir kommen ja Bonifontänenbaum, wenn wir die Sisters retten. Das heißt natürlich, wir machen es mal mit Rittungsschacht. Ich zeige euch dann natürlich auch nochmal das Ausbeuten. Das habe ich ja bei Barshock 1 schon gemacht. Aber die Großteile der Sisters werden wir retten. Es wirkt sich ja auch aufs Ende aus, soweit ich weiß. Tja, unser Eisenmann hatte eben immer schon ein goldenes Herz. Ich finde das ja gefährlich hier unten. Aber du hast genug, Adam. Gerade mal so. Geh zur Hall of the Future und splice dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. Tschüss, liebe Sister. Okay, wir müssen jetzt also wieder zurück. Habe ich mir schon fast gedacht. Abfackelplasmid kaufen. Ja, ich kann mal so pyromanisch spielen. Das mag ich ja immer gern. Obwohl ich eigentlich das Electrobolt Plasmid am liebsten habe, weil ich da die Gegner mit stannen kann. Kommt jetzt, tu ja! Und du! Was ist denn noch jemand? Das ist eine Mafia mit Thompson. Oh. Sterb doch! Ich treff nix. Alter! Ich treff nix. Ist ja auch schlimm. Komm her. So, geht doch. Kurz plündern hier. Vielleicht haben die wieder ein paar Nieten dabei. Ich hoffe es mal zumindest. Ach, mit Tee kann ich hier zoomen. Ah, gut zu wissen. Ich vergesse jetzt. Ich fange mich an, ob ich das Wort wissen will, was das war. So drei Nieten habe ich wieder. Das ist super viel. Den Heckpfeil kann ich mal mitnehmen, oder? Ne, habe ich schon Maximum immer noch. Okay, ich nehme alles zurück. So, jetzt müssen wir hier durch. Da waren wir ja gerade schon. Haben wir uns ja alles schon angetan hier. Die Upgrade-Station ist geschlossen. Das kennen wir ja noch. Ist das hier ein Outreakt-Pfeil? Äh, ne. Ist ein Bier. Ja, kann man mal verwechseln, ne. Bier und ein Outreakt-Pfeil, die sehen sich auch sehr ähnlich. In meinen Gedanken zumindest. Hier ist ein kaputtes Reh. Immer gut. Oder was auch immer das darstellen soll. Irgendwie. Hallo. Oh, hi Kamera. Puh, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich... So, wunderbar. Die Kamera arbeitet für uns. Ich wollte eigentlich hier die normalen Nieten. Ich brauche übrigens mehr Nieten. Habe ich das schon mal erwähnt? Dass ich mehr Nieten brauche? Hier müsste ich lang. Natürlich schaue ich mich erst mal hier um. Da gibt es ja bestimmt noch was. Nieten zum Beispiel. Lohnt sich also doch, sich hier umzusehen. Was ist denn hier los? Ist alles kaputt? Der Parasit ist unfähig für sich selbst zu sorgen. Aber seine Bedürfnisse wachsen. Bis er schließlich an Krieg los dritt, um alles zur Welt kann. Eure Eltern haben euch nach Rapture gebracht, wo ihr den Parasiten nie wieder fürchten müsst. Ihr seht also, die Oberfläche ist kein Ort für euch. Aber ihr könnt die Welt zu euch holen. Wenn ihr jemanden kennt, der nach Rapture gehört, schreibt einen Brief an die Poststelle von Ryan Industries. Und, wer weiß, Das nächste neue Gesicht kommt euch vielleicht bekannt vor. Rapture failed. We will not. Ja, das trifft es ganz gut. Wobei, das sind natürlich immer noch Ansichtssache. Das ist hier drin. Eine Puppe. Ach so. Alter. Die Musik. Ist eine Frau drin. Oder eine Puppe. Oder ein Gesicht. Oder was auch immer. Hier ist irgendwas kaputt. Okay, können wir nicht lang. Schade. Irgendwie leicht creepy hier, ne? Gut, das ist Rapture. Was erwartet man da? Nichts besseres wahrscheinlich. Ach, hier ist... Oh, oh. Ach, nö. Da stehe ich jetzt nicht so drauf. Huch. Da geflogen. Nein. Da ist er. Da ist er. Das sind übrigens ganz schön schwer geworden, die Splice. Kugeln. Wunderbar. Ist da noch jemand? Ich sehe zumindest gerade niemanden. Wobei das natürlich immer trügerisch ist. Hier bei Rapture. Äh, bei Bioshock. Entschuldigung. Nicht bei Rapture. Verkaufsautomat, Munitionsautomat. Ich brauche unbedingt Nieten. So, jetzt habe ich wieder ein paar wunderbare... Zumindest mal ein Grundkapital an Nieten. Ich glaube, ich muss hier rauf, oder? Hier unten geht es ja gar nicht lang. Also insofern ist das... Eine Frage, die sich erübrigt. How all of future. Ach ja, da waren wir ja, glaube ich, schon mal. Da sind wir ja nicht weitergekommen, weil wir nicht genug Adam hatten. Genau, hier waren wir schon mal. Du wolltest unsere Stadt also ihres Lebenssaftes berauben. Rapture ist ein Organismus-Delta. Ich bin seine Stimme und Big Sister ist die Hand. Wenn Rapture von dir spricht, sagt es nur das eine. Schlaf jetzt. Deine Tage sind gezählt. Geh doch weg, Lamp. So, wir brauchen ein Abfackelplasmid. Wunderbar, haben wir. Kennen wir schon. Ich weiß ja, was das Ding bewirkt. Gesundheitsabgurk kaufe ich mir auch mal. Den Ifling auch. So, habe ich gleich alles. Wunderbar. Wir gratulieren zum Erwerb des Abfackelplasmids. Sagen wir, Tom hat einen romantischen... Oh, eine Party. Aber diese Party ist gerade etwas ins Schleudern geraten. Karl braucht Feuer für seine Zigarre. Oh. Wo ist denn jetzt der hier? Ach, wieder ein Gatherer's Garden. Da hätten wir uns jetzt auch ein bisschen was kaufen können, aber wir haben kein Adam mehr. Deshalb hat das jetzt alles ein bisschen Nebensachencharakter, sage ich mal. Aber es gibt Nieten. Wunderbar. Und was zu saufen, das ist immer gut. Cola, yay. Ich liebe Cola. Hier kann ich nichts... Ach, das ist eine Animation hier. I see what you did there. Warum auch immer die hier alles einfrieren sollte. Weiß man nicht so genau. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Alter. Lasst mich. I'm just here to look pretty. Niemand, das kann ich. Nein. Das Vieh schon wieder. Alter. Diese Kack-Sister. Ich schaue mir lieber auf die schweren Nieten. Ich glaube, ich sind da praktischer. Geh weg. Oh. Alter. Alter. Ja, wenn die vor einem steht, ist das natürlich äußerst suboptimal hier. Aber sie ist zumindest schon mal halb tot. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt töten müssen oder was anderes. Ist sie noch da? Ist sie? Wo ist die Big Sister? Wo ist die? City gerade? Wer von euch? Na gut, das bringt mir jetzt nicht viel, wenn ich euch da frage. Ich glaube, die ist unten, oder? Halt, Verbandskost. Wo muss ich überhaupt noch mal hin? Hier rein nicht. Hier sind wir hier. Ach, da ist sie. Scheiße. Äh, nicht das Ding. MG wollte ich. Ich habe die Antiperson. Wir haben die Big Sister getötet. Hol mich, der Teufel. Nicht mal eine Big Sister kommt gegen dich an. Tja, komm jetzt zurück und schmelz das Eis weg. Dann können wir diese klapprige Geisterbahn hier hinter uns lassen. Wir haben die Big Sister getötet. Yay. Ich freue mich gerade. Alter Schwede, gehen die ab. Es wird doch lustig hier in Bioshock 2 mit den Big Sisters. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Ich weiß nicht, woher das Gefühl kommt. Hier können wir nichts mehr plündern. Schade. Verkaufsautomaten. Verkaufsautomaten. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Ja, wir haben genug Geld. Kaufe ich mal ein bisschen was hier. Vor allem Nieten. Weil ich die Munition da dringendst brauche. Und das haben wir ja auch noch gesehen, dass wir das plündern können. Da sind wir so noch ein Haufen Zeug drin. Das ist natürlich das Plasmid jetzt sehr praktisch. Ah ja. We will be reborn. Ja, das will ich mal anzweifeln. So, hier wäre eine Vita Chamber. Ah ja. Alter Schwede, gehen die Big Sisters ab hier. Das ist ja der Wahnsinn. Ach ja, da war ja die Tür mit dem Ding hier. Okay. Was? Huh, Entschuldigung. Was? Ich will auch mit. Oh oh. Hallo. Ich sehe einem Mann gern in die Augen, wenn ich ihm ein Wort gebe. Wir beide kleiner werden es weit bringen. Und ich darf jetzt nicht mit, oder was? Ich habe gedacht, du bist eines von Sinclairs hirnlosen Monstern, die er schickt, um Rapture im Würgegriff zu halten, während er die Stadt ausplündert. Aber nein. Du bist dir deiner furchtbaren Lage bewusst. Ich frage mich, wer könnte so grausam sein, einem Mann ohne Gesicht einen Spiegel vorzuhalten? Ach, steige den Zug ein. Okay. Hi. Ja, schießen ist gut. Wahrscheinlich die beste Option momentan. Wo ist der? Ich gehe in die Zukunft. Solltest du dir gehen, dass du alles erledigt hast, bevor du weitergehst. Sekunde. Haben wir denn auch alles erledigt? Sieht zumindest so aus. Ich wüsste jetzt zumindest nichts mehr. Und weiter. Wo ist der Sinclair jetzt hin? Würde mich mal interessieren. Was sind die Tunde eigentlich alle geflutet? Ich hoffe, die Dinger sind dicht, die Züge. Okay. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017